Wenn Sie schon einen roten Bock bezirzt haben, dann kommt das Thema Aufbrechen ja gerade recht. Welche Hilfsmittel Sie im Revier dazu brauchen, ob wild mit oder ohne Decke ins Kühlhaus sollte, all das und noch viel mehr gibt es im Titelthema der August-DOZ. Zielfernrohre sind teuer, keine Frage. Doch mit einer neuen Montage von Dendler reicht auch ein Glas für alle Waffen. Betonrohrfallen sind teuer und echte Schwergewichte. Aber es geht auch anders. Berufsjäger Werner Siebern baut seine Falle aus Kunststoffrohren. Abonnenten bekommen auf der DVD wieder mächtig was auf die Augen. Begleiten Sie ein Jägerehepaar auf Muffeljagd im Sauerland und eine Jägergruppe auf Karibupirsch in Grönland. Begleiten Sie ein Jägerehepaar auf Muffeljagd im Sauerland und eine Jägerehepaar auf Muffeljagd im Sauerland und eine Jägerehepaar auf Muffeljagd. Begleiten Sie ein Jägerehepaar auf Muffeljagd im Sauerland und eine Jägerehepaar auf Muffeljagd.